So, sag mal, wo müssen wir denn hin? Ich glaube, vorne an der Ampel, rechts. Da? Ja, genau da. Na, guck mal. Was ist das denn? Fahr mal langsamer. Guck mal an. Gibt's ja ja nicht. Wahnsinn. Guck mal, die wollen in die USA. Guck mal, die wollen in die USA.